ich mache es selbst habe ich gesagt nein ich ich wiederhole mich nicht nein ja wo das von den beiden schnell oben schnell aufgenommen mann wie da ist das stellen sie muss da so schnell mit ohr und der recht sich alles auf den verständigen letzten stellen wir stehen über die gleiche straße wo der eine wohnt das stellen mit ohr und rechts ich bin nicht blöd es war keine mond hallo weiter links sind auch sterne ja warum gibt es mir keine vernünftige antwort ja 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 weiß ich ja 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 was rede ich hier das weiß ich wiederhole mich nicht ja ja Was hab ich gesagt? Ja, was hab ich gesagt? Ja, hast du. Was? Ja. Ja hast du. Ja. Kannst du auch mit dir auch freundlich sein? Die ganze Zeit bist du nicht freundlich zu nehmen? Nein, ich hab nicht gesagt, das hab ich gemacht. Das hab ich dir vorhin gezeichnet. Ja. Ja, weiß ich. Das hab ich dir vorhin gut Uhr gemacht. Nee, 23 Uhr war das gewesen. Das hab ich dir vorhin gut Uhr gezeigt. Weiß ich. Das stand über Berufs-College, über Berufs-School. Das stand über Berufs-School. Das stand über Berufs-School. Der Stern über Ohren, die Sand-Uhr, mit dem Stern-Sirus. Und dann wird der Stern-Sirus. Gerade Ausstieg ist das gescheitert. Wird der Atacke in Westminster. Über den Berg-Klust erwischt, und der Berg-Klust erwischt. Wer hat der Atacke in Münster erwischt. Der wird ja gezeichnet von 21 Uhr um 11 Uhr. Das weiß ich. Das hast du mit aufgenommen, ne? Ja, nochmal. Gut. Wie du jetzt auch hier noch aufstehen? Fert Stern so, okay? Ja. Ja. Ich bin nicht, auch nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, bin ich auch nicht. Bin ich so, ich bin ruhig und vernünftig, nein, ich habe einen vernünftigen Tonfall, bin vernünftig, nein, mache ich nicht, ich bin ruhig, bin ich so drauf, ich bin gut drauf, wenn ich Lust habe, wenn ich Lust habe. Ja, 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 bin ich wohl. Ja, ja, ist gut. Ich habe dich auch lieb, ich habe dich auch lieb. Ja. No. Ja, la Cussi. Ja. 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 Hier geht's. 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 Ja. Ja. Nein. 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 Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Ja, ja, ach so, dann lege ich mich auch nochmal hin, dann lege ich mich auch nochmal hin, meine Beinchen, dann packe ich meine Beine gleich mal ein bisschen hoch. Ja, weiß ich. Kann ich jetzt nicht. Ja, und ich gucke jetzt nicht. Ich weiß, dass... Nein. Eine Minute. Eine Minute. Ja, das ist immer schlimmer. Guck mal deine Handyuhr, bitte. Nein. In der Heckentasche ist die drin. Ja, weiß ich. Guck mal nach der Uhr, bitte. Mach ich. Was? Ja, ist doch jetzt egal. Guckst du jetzt bitte nach der Uhr, bitte. Brauche ich nicht. Ich brauche die Uhr, damit ich das Geräusch aufzeichnen kann. Ach so. Guck mal nach der Uhr, bitte. Auch jetzt. Brauche ich. 2.22 Uhr. So, 2.22 Uhr hört mir so ein komisches Geräusch draus. Ich hole jetzt dann nach einer Minute meine Mutter ein. Das ist hier mit dran. Das Geräusch wird zweimal aufgezeichnet worden. Meine Wiederaufgaben. Das war meine Mutter jetzt. Das war die Uhr.